Wenn ihr InDesign gestartet habt, seht ihr so etwas. Das ist ein Screen, in dem ihr normalerweise Dateien angezeigt bekommt, die ihr schon mal offen hattet, bearbeitet habt. Hier ist alles leer. Und wenn ihr jetzt ein neues Dokument anfangen wollt, dann klickt ihr einfach auf Create New. Und hier könnt ihr jetzt bestimmen, was ihr für ein Dokument bearbeiten wollt oder erstellen wollt. Und der wichtigste Teil ist hier rechts die Größe und andere Informationen. Zunächst einmal, die Einheiten stehen falsch auf Picass. Die stelle ich mal um auf Millimeter. Je nachdem, ob ihr für Print oder für den Monitor etwas macht, wäre Millimeter richtig oder eben auch nicht. Wenn ihr das für den Monitor macht, dann sind Pixel natürlich besser, weil ihr natürlich in Pixeln dann designt und nicht in Millimetern. Wir lassen es jetzt mal im Moment bei Millimetern. Und da könnt ihr jetzt was einstellen. Wir sehen hier ein DIN-Format, DIN A4. Wer es erkennt, Breite 297 Millimeter, Höhe 210 Millimeter. Das ist ein Querformat. Ihr könnt auch das Hochformat einstellen, dann wechselt es entsprechend. Ich stelle das mal wieder zurück auf Querformat. Und dann könnt ihr noch diverse andere Dinge einstellen oder müsst sie auch einstellen. Und zwar vor allen Dingen die Frage, gibt es Doppelseiten, also gegenüberliegende Seiten, Facing Pages, ja oder nein. InDesign hat als Voreinstellung, dass das so sein soll. Wir lassen das jetzt mal so. Wenn ich hier rübergehe, sehe ich, wie viele Seiten möchte ich haben. Ich kann hier einstellen, wie viele Seiten ich am Anfang meiner Bearbeitung haben möchte. Ich möchte jetzt mal 10 haben. Das ist letzten Endes eigentlich nicht von Bedeutung, weil ich die Seiten später hinzufügen kann und löschen kann, wie ich möchte. Das ist also keine Festlegung für immer, sondern es ist einfach nur ein erster Vorschlag. Dann ist die Seitenzahl 1 für die erste Seite. Das kann man hier auch einstellen, dass es anders ist. Natürlich ergibt es erstmal so Sinn. Was ihr hier links seht, sind Presets, also Voreinstellungen, wo so etwas, was hier rechts eingestellt wurde, schon mal gespeichert wurde. Man kann das hier oben benennen. Da steht Untitled One. Wenn ich eben jetzt einen Namen gebe, würde das hier auch auftauchen. Wir bleiben bei DIN A4 Querformat. Es gibt Doppelseiten. Ich gehe nochmal mit der Lupe rein. Es gibt 10 Seiten, gleich zu Beginn. Und die Startseite ist die Nummer 1. Was man auch noch einstellen kann, wäre, ob es Hilfslinien gibt, die eine Spaltendarstellung erzeugen und vor allen Dingen Ränder. Das machen wir später. Deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor und wir klicken jetzt mal auf Create. Und dann haben wir sozusagen das, was wir eingestellt haben in unserem Monitor. Was sehe ich jetzt hier in InDesign? Ihr könnt alles, was ihr einstellen wollt und sehen wollt, in der Arbeitsoberfläche hier oben rechts in einem Pop-up-Menü einstellen. Da gibt es diverse Arbeitsumgebungen oder Interface-Layouts, die man sich auswählen kann. Zum Beispiel auch Advanced oder Book Digital Publishing, was auch immer. Auf Deutsch heißt das dann alles ein bisschen anders. Unter anderem ist bei mir die Werkzeugpalette zweispaltig. Die ist normalerweise einspaltig. Das kann man in den Preferences einstellen. Das ist unter Interface. Und da kann man dann zum Beispiel einstellen, dass Paletten zweispaltig sind. So, zum Thema. Was sehe ich hier? Ich sehe ein DIN A4 Querformat in weiß vor mir liegen. Ich kann jetzt darauf arbeiten. Zunächst einmal, InDesign ist ein großes Programm. Und wir brauchen von diesem großen Programm nur ganz wenig. Was ihr wissen müsst, es gibt die Seiten, auf denen wird gearbeitet. Und es gibt Paletten, die wir dazu benötigen. Eine der wichtigsten oder die wichtigste Palette vielleicht überhaupt ist die Seitenpalette. Die sieht man hier rechts. Pages. Die kann auch eingeklappt sein. Dann müsstet ihr sie ausklappen. Oder sie ist überhaupt nicht da. Dann müsstet ihr sie aus dem Fenstermenü aktivieren. Also Fenstermenü und dann eben Seitenpalette oder Pages. Je nachdem, welche Version ihr benutzt. Und in dieser Seitenpalette seht ihr jetzt, dass ihr zehn Seiten habt. Und man sieht auch, die erste Seite ist eine rechte Einzelseite und die zehnte Seite ist eine linke Einzelseite. Das hat damit zu tun, dass es klassischerweise in der Buchproduktion oder in der Zeitschriftenproduktion einen Kern gibt mit den Seiten. Und ein Umschlag, ein Deckel, ein Einband, wenn man so will. Und die erste Seite des inneren Bereichs wäre immer eine rechte Seite. Weil auf der linken Seite ja der Buchdeckel wäre. Und bei der letzten wäre das halt auch so. Seite 10 und dann rechts eben auch der hintere Buchdeckel. Das ist also die Standardanordnung. Die könnte man auch ändern. Darauf möchte ich jetzt gar nicht eingehen. Wichtig ist jetzt folgendes, dass ihr in dieser Palette die Seiten ansteuern könnt. Das heißt, wenn ihr auf Seite 5 arbeiten wollt, dann könnt ihr die doppelt klicken. Und dann seht ihr hier Seite 5. Wenn ihr auf den Seiten 2 und 3 arbeiten wollt, klickt ihr auf dieses kleine Zahnpaar. 2, 3, doppelt. Dann seht ihr beide Seiten links. Wenn ihr auf eine Einzelseite klickt, seht ihr eine Einzelseite. Die ist natürlich Teil einer Doppelseite. So haben wir es ja auch angelegt. Aber InDesign rückt sozusagen diese Einzelseite jetzt in den Fokus. Wenn ihr die Leertaste drückt, dann bekommt ihr das Verschiebehändchen. Und dann könnt ihr euer Dokument hin und her schieben, wie ihr möchtet. Und ihr könnt jetzt auf diesen Seiten arbeiten. Ein paar Tastenkurzbefehle. STRG 0 oder COMMAND 0 auf dem Mac. Steuert euch auf eine Seite. Fensterfüllend. STRG 0 auf den sogenannten Druckbogen. Das heißt auf die Doppelseite, von der diese Einzelseite eben ein Teil ist. Auf welcher Seite ich genau bin, das kann manchmal wichtig sein. Seht ihr hier unten links. Da gibt es ein kleines Fensterchen. Da seht ihr Seite Nummer 4. Ich bin jetzt also eigentlich auf Seite Nummer 4. Es gibt hier oben rechts ein Menü. Und da kann man unter Bedienfeldoption auf Deutsch, Panel Options auf Englisch, einstellen, wie groß diese Thumbnails sein sollen. Im Moment stehen sie auf Large. Man kann sie auch auf Extra Large stellen. Und dann sind sie halt noch größer. Was wir auch noch sehen, ist, dass auf jeder Dokumentseite hier in dieser Palette ein A steht. Das bedeutet, dass diese Dokumentseite auf einem Vorlageformat beruht, das A heißt. Das sehen wir hier, A Master. Wir haben hier eine kleine Linie. Die trennt sozusagen den Bereich der Dokumentseiten von dem Bereich der Masterseiten. Ich kann also Mastervorlagen benutzen. Das kennt ihr das Konzept aus PowerPoint. Wozu sind jetzt diese Vorlageseiten gut? Diese Masterseiten, die sind dazu gut, dass man Dinge darauf macht, die man dann eben auf jeder Dokumentseite wieder sieht. Wie zum Beispiel Hilfslinien, ganz wichtig. Aber man kann dort auch zum Beispiel Variablen für Seitenzahlen unterbringen. Oder andere Dinge, die dann eben auf jeder Dokumentseite verlässlich wieder auftauchen. Ich kann beliebig viele Masterseiten anlegen. New Master, das heißt eine Variante, eine Masterseite mit dem Prefix B. In diesem Fall, ich kann das natürlich auch umbenennen. Jetzt habe ich also verschiedene Masterseiten. Die sehen zwar im Moment absolut gleich aus, weil eben nichts drauf ist. Und ich kann jetzt sozusagen eine B-Seite auf Seite 1 ziehen. Und dann wäre da, wie man sieht, so ein schwarzer Rand. Und wenn ich das loslasse, dann habe ich da eine Masterseite B auf Seite 1 appliziert. Hier ist weiterhin Seite A. Ich kann das auch anders machen. Ich kann zum Beispiel eine B-Seite irgendwo einfügen. Und dann wird eben da eine B-Seite eingefügt. Das heißt, ich habe jetzt also mehr als 10 Seiten. Ich möchte, dass ihr das wisst. Es gibt Masterseiten und es gibt Dokumentseiten. Und ihr müsst immer wissen, auf welcher ihr gerade arbeitet. Und da will ich nochmal auf dieses kleine Fensterchen da unten links verweisen, was da so schwer zu erkennen ist. Da sieht man im Moment, dass da B Master steht. Das bedeutet, ich bin gerade auf einer Masterseite. Und das ist wichtig zu wissen. Denn wenn ihr jetzt was macht, also zum Beispiel einen Text schreibt, dann macht ihr das auf ein Masterdokument. Und dann würde das immer auf den Dokumentseiten wieder erscheinen. Ihr müsst also immer wissen, wo ihr gerade arbeitet. Warum spreche ich das mit den Masterseiten an? Denn bei kleinen Projekten, die vielleicht 10 Seiten umfassen oder etwas in der Größenordnung, ergeben Masterseiten vielleicht gar keinen Sinn, weil der Aufwand etwas vorzukonfigurieren und es dann vielleicht partiell auch wieder zu löschen auf den Dokumentseiten ist vielleicht zu groß, steht nicht im Verhältnis zu dem Nutzen. Es gibt aber etwas, was man auf Masterseiten sehr gut machen kann und das ist die Anlage von Hilfslinien, damit man später zum Layouten immer die gleichen Hilfslinien und Rasterlinien hat, an denen man sich ausrichten kann. Ich klicke also nochmal auf die Mastervorlage doppelt. Jetzt habe ich sie hier und jetzt könnte ich hier Hilfslinien einrichten, die ich immer benutzen kann. Ein paar Hilfslinien habe ich schon. Das sind nämlich diese lavendelfarbigen Linien, die den sogenannten Rand darstellen. Um zu sehen, was das für ein Maß ist, gehe ich hier oben auf Layout, Margins and Columns, Ränder und Spalten. Und da sehe ich, dass jetzt hier der Rand auf Englisch Margins mit 12,7 mm eingestellt ist und zwar auf allen Seiten gleich. Oben, unten, innen, außen. Das hat damit zu tun, dass ich hier eine Doppelseite habe. Das ist innen und das ist außen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel 20 mm reinschreiben, die Tabulatortaste drücken. Das Kettchen-Symbol hier ist ja aktiviert, deswegen überträgt InDesign automatisch diesen Wert auf alle Felder. Und wenn ich jetzt OK sage, dann hätte ich jetzt hier einen Rand von 20 mm Abstand. Rand ist missverständlich. Es ist in Wahrheit kein Rand, es sind einfach Hilfslinien. Das heißt, es ist nicht etwa die Grenze eines druckbaren Bereichs oder so etwas. Hilfslinien haben den Vorteil, dass ich mich daran einfangen kann. Ich habe übrigens gerade die Tastenkombinationen-Steuerung-Lehrtaste benutzt, um die Lupe zu bekommen. Und mit der Alt-Taste dazu kann ich mich auch wieder rauszoomen. Mit der Lehrtaste selber kann ich navigieren. Wenn ich jetzt einen Rahmen hätte zum Beispiel, dann würde sich der genau an diesen Hilfslinien einfangen. Die wirken also magnetisch. Es gibt übrigens noch mehr so Anhaltspunkte, wie man hier sieht. Also jedenfalls sind diese Linien dazu gedacht, dass man sich daran einfangen kann. Das eine System finde ich also hier oben bei Layout, Margins & Columns. Da gibt es noch ein zweites, nämlich die sogenannten Spalten. Und auch das sind Hilfslinien. Die Anzahl der Spalten, das sind einfach nur Hilfslinienpaare sozusagen. Und Gatter bedeutet, das ist der Abstand dazwischen. Das wäre also eine Möglichkeit, einen Layout-Raster zu haben. Wenn ich jetzt auf eine Dokumentseite gehe, dann sehe ich, dass ich das da auch habe. Das ist jetzt also der beste Grund, ein Master-Layout überhaupt zu benutzen, ist, dass man dort Hilfslinien anlegt. Ich gehe nochmal oben auf mein Master-Dokument und zeige euch, was noch geht. Ich stelle mal diese Spalten wieder aus. Das mache ich wieder unter Layout, Margins & Columns. Gehe hier wieder zurück auf eine Spalte. Damit ist sozusagen das Spalten-Thema an der Stelle weg. Jetzt eine zweite Ebene, eine zweite Möglichkeit, so etwas zu machen, ist Hilfslinien erstellen, Create Guides. Und da kann ich das gleiche nochmal machen. Das ist ein Layer da drüber sozusagen. Da sieht man wieder das Gleiche, nämlich Zeilen und Spalten. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, ich hätte gerne zwei oder drei Zeilen und meinetwegen zwei Spalten. Dann muss ich hier auf zwei klicken. Auch da gibt es einen Gatter, also einen Abstand dazwischen. Das wären jetzt fünf Millimeter. Und was wichtiger ist noch, ist, dass die Hilfslinien sich anpassen können, entweder an den Seitenrand. Dann würde sich diese regelmäßige Teilung auf den äußeren Rand meines Layouts beziehen. Oder eben auf die innen liegenden Ränder, die in dem Dialogfeld Ränder und Spalten festgelegt wurden. Das ergibt natürlich in diesem Fall mehr Sinn. Übrigens wichtig ist immer, Preview angeschaltet zu haben. Dann sieht man immer gleich, was man hier einstellt. Falls ihr schon andere Hilfslinien haben solltet, würden die gelöscht, wenn ihr hier Remove Existing Ruler Guides, vorhandene Hilfslinien löschen angeklickt hättet. Ist in diesem Fall aber nicht so. Deswegen brauche ich das auch nicht zu machen. Wenn ich jetzt auf OK klicke und wieder auf eine Dokumentseite gehe, dann habe ich wieder, wie ihr seht, überall diese schöne Teilung. Jetzt ein drittes, eine dritte Ebene von Hilfslinien. Ich klicke auf das Master Layout nochmal. Es gibt hier oben dieses Lineal. Da gibt es eins und hier gibt es eins. Das Lineal kann man ein- und ausblenden mit STRG-R, COMMAND-R. Also es kann ja sein, dass ihr das nicht seht. Und man braucht es auch oft gar nicht. In diesem Fall ist es aber praktisch, denn ich kann aus diesem Lineal, indem ich da so draufgehe, eine Hilfslinie rausziehen. Da seht ihr das. Und diese Hilfslinie kann ich jetzt entweder auf einer Einzelseite platzieren. Ich habe jetzt sozusagen das darüber gezogen. Wenn ich rechts ziehe, dann habe ich das auf der rechten Seite. Oder ich breche das mal ab und drücke die STRG-Taste oder COMMAND-Taste. Und jetzt hätte ich sozusagen hier die Möglichkeit, das auf beiden Seiten zu machen. Mit der gerückten COMMAND- oder STRG-Taste ist es dann für beide Seiten. Das geht auch von links, dann wäre das eine vertikale Linie. Da entfällt natürlich diese Variante mit den beiden Seiten, logischerweise. Und so kann ich also weitere Hilfslinien dort einfügen. Alle Hilfslinien, die ich im zweiten Teil und jetzt platziert habe, also alle Linien, die, sagen wir mal, normalerweise grün sind, wenn ich sie nicht ausgewählt habe, kann ich nachträglich manuell verschieben. Ich kann also hier draufklicken. Jetzt habe ich diese Linie hier blau. Da ist sie, blau, nicht mehr grün. Und hier oben seht ihr jetzt ein Koordinatenfeld, x und y. Und in diesem Fall ist x aktiv. Und da kann ich jetzt zum Beispiel eine andere Zahl als 86 mm wählen. x ist der Wert in links-rechts Richtung sozusagen in meinem Dokument. y wäre oben-unten. Und da ich hier eine senkrechte Hilfslinie habe, kann ich die also von links nach rechts verschieben. Ich könnte also hier zum Beispiel was anderes hinschreiben. Und dann seht ihr, wie jetzt im Dokument unten diese Hilfslinie nach rechts wandert. Ich kann hier übrigens auch Werte eingeben. Ich kann hier zum Beispiel plus 10 schreiben. Und wenn ich das bestätige, dann springt meine Hilfslinie 10 mm nach rechts. Ich kann auch Hilfslinien, die ich ausgewählt habe, löschen. Das geht übrigens auch mit den anderen. Also das sind sozusagen jetzt alles nur Hilfslinien, die also relativ leicht zu handeln sind und die ich auch wieder löschen kann. Ich kann jetzt auch wieder aufräumen, indem ich da oben hingehe und sage Layout, Create Guides und sage, ich möchte überhaupt keine Spalten haben, äh, keine Zahlen haben und keine Spalten. Und ich möchte auch, dass alle Hilfslinien gelöscht werden. Wenn ich jetzt auf OK klicke, sind alle Hilfslinien auch wieder weg. So, das waren die Hilfslinien. Jetzt möchte ich noch eine andere Sache zeigen, die auch dazu da ist, beim Layouten präzise arbeiten zu können. Das ist das sogenannte Dokumentenraster. Das ist quasi nochmal ein weiteres Tool, um besser klarzukommen. Das kann man sich anschauen unter View, Grids and Guides, also Raster und Hilfslinien. Und da gibt es das Grundlinienraster, das Baseline Grid, da kommen wir dann später dazu, und das Dokumentraster. Das Dokumentraster kann man einblenden und dann sieht das Ganze so aus. Man kann jetzt, das habt ihr gerade gesehen, auch einstellen, dass sich InDesign jetzt daran einfängt. Also meine Aktion, wenn ich jetzt zum Beispiel hier einen Rahmen zeichne, ich mache das mal ein bisschen größer, und jetzt einen Rahmen zeichne, dann fängt er sich hier also an diesen Rasterlinien ein. Das ist natürlich super. Allerdings natürlich vorausgesetzt, ich habe ein Raster, was ich auch gebrauchen kann. Also zunächst mal fällt auf, dass das Raster gar nicht in der Mitte anfängt. Ich habe jetzt hier zwar eine Doppelseite, ich möchte aber gerne, dass auf jeder Seite präzise layoutet werden kann. Das wiederum hat damit zu tun, dass ich hier einen Koordinaten-Nullpunkt habe für meinen Raster. Der ist da oben sozusagen greifbar. Ich kann da draufklicken. Jetzt kann ich diesen Koordinaten-Nullpunkt hier oben auf meine Mitte, meiner Doppelseite ziehen und auf den oberen Rand. Und jetzt schaut mal, was mit dem Raster passiert. Das Raster springt jetzt an die richtige Stelle. Also das ist sozusagen schon mal das allererste, was man tun kann, dass der Nullpunkt des Koordinatensystems in der Mitte liegt. Also da, wo sozusagen die linke Seite ihre rechte Außenseite hat und die rechte Seite ihre linke Außenseite. Und jetzt kann ich als zweites das Raster selber verändern. Das funktioniert an einer ganz anderen Stelle, nämlich unter den Voreinstellungen von InDesign. Bei der Windows-Variante sind die Voreinstellungen woanders. Die liegen da im Bearbeiten-Menü. Das wäre das hier, und zwar ganz unten irgendwo. Beim Apple liegen sie hier. Und es gibt in diesen Voreinstellungen relativ viele Dinge. Und unter anderem gibt es eben auch die Rastereinstellungen. Und da gibt es genau zwei wichtige Sachen, nämlich das Baseline-Grid, das Grundlinienraster, um das es jetzt nicht geht. Und es gibt das Document-Grid, das Dokumentraster, um das es jetzt sehr wohl gräht. Ich könnte hier also zunächst mal eine eigene Farbe einschalten. Ich lasse das mal auf Light Grey, also hellgrau. Dann sieht man wieder dieses merkwürdige Maß, 25,4 Millimeter. Das kommt von den Inches. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne, sagen wir mal, 10 Millimeter. Oder sagen wir mal lieber gleich ein anderes Maß, 25 Millimeter. Und dann nehmen wir auch 25 Millimeter. Und dann machen wir hier eine Unterteilung von 5. Und dann sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ja, ich habe jetzt hier sozusagen eine Teilung. 25 Millimeter ist das große und 5 Millimeter wäre die Unterteilung. Und dann habe ich hier den Rand, 20 Millimeter. Das kann ich hier ganz gut erkennen. Ich habe also quasi hier ein 5 Millimeter Raster. Angenommen, ich hätte zum Beispiel gerne einen Textspaltenabstand von 5 Millimeter. Dann wäre das jetzt ein gutes Raster. Das wäre quasi jetzt die, nach den drei Hilfslinien-Varianten, also die unter Margin and Columns, der Rand, dann die zusätzlichen Hilfslinien in Zeilen- und Spaltenform und den manuell eingefügten Hilfslinien aus dem Lineal wäre das jetzt quasi Variante 4. Ich habe ein Dokument Raster und ich kann InDesign anweisen, dass alles, was ich mache, sozusagen magnetisch in diesem Raster funktioniert. Ich kann das auch wieder abschalten, falls ich das mal nicht mehr brauche. Das kann ja sein. Das Raster ist ja mal irgendwann eingerichtet. Und auch wenn ich das nicht sehe, fängt sich ja InDesign trotzdem da ein. Ich zeige das mal kurz. Ich nehme mal hier das Werkzeug wieder. Das ist das Rechteck-Werkzeug. Und jetzt kann man hier sehen, dass es nicht einfach frei funktioniert. Und man sieht das auch an den Koordinatenmaßen. Das ist also immer ganz genau im 5 Millimeter Raster läuft. Und das kann man ja auch mal nicht mehr wollen. Also kann man das auch hier wieder abschalten. Wenn ihr an der Stelle sehr viel unterwegs seid, dann merkt ihr euch diese Justen-Kürzel und dann ist das gut. Alles auf der Master-Seite noch eingerichtet. Das Dokument Raster ist allerdings keine Frage von Master und Dokument. Das ist einfach universell. Das funktioniert auf allen Seiten. Das hätte ich jetzt nicht im Master einrichten müssen, sondern das habe ich jetzt nur zufällig da auch alles erledigt. So, und weil es in diesem Film und an dieser Stelle um das Einrichten eines Dokuments geht, geht es mir auch darum, zu zeigen, worauf man achten muss, wenn man zum Beispiel ein Dokument von jemand anders bekommt. Also zum Beispiel eine Vorlage-Datei, um etwas darin zu machen. Zunächst einmal die Seitenpalette hatte ich ja jetzt ausführlich gezeigt. Da gibt es also unter Umständen eben Master-Seiten, auf denen dann etwas drauf ist. Und es gibt vielleicht auch schon Dinge auf den Dokument-Seiten. Das müsste man sich dann der Reihe nach anschauen. Es gibt noch mehr Dinge, die in einer solchen Datei schon voreingestellt oder da sein können und die man dann vielleicht nicht sieht aus irgendwelchen Gründen. Ein zweiter wichtiger Bereich an der Stelle wäre die Ebenen-Struktur. Es gibt auch in InDesign Ebenen. Und man sieht das hier, das gerade aktiviert diese Ebene, diese Palette, Entschuldigung. Und jetzt sieht man, dass es hier eine Ebene gibt. Es kann natürlich sein, dass es mehrere Ebenen gibt in einem fertigen Dokument, was ihr bekommt. Und dann könnte es auch sein, dass davon Ebenen ausgeblendet sind. Man sieht ja, dass es hier so ein Auge gibt. Also die Idee der Ebenen, die man unsichtbar und sichtbar schalten kann, die gibt es natürlich auch in InDesign. Das bedeutet also da alles nachschauen, ob es vielleicht Ebenen gibt, die auf unsichtbar geschaltet sind. Nicht, dass euch da was entgeht. Und natürlich könnt ihr sie auch selber benutzen, logischerweise. Aber das ist sicher Thema eines anderen Videos. Ein letztes zum Thema Seiten. Ich hatte ja gesagt, wir legen zwar fest, wie viele Seiten wir haben wollen, wenn wir ein Dokument neu einrichten. Wir können aber jederzeit Seiten löschen. Es gibt hier unten eine kleine Symbolleiste. Da seht ihr das. Create New Page und Delete Selected Page. Also das ist das Symbol, mit dem man eine neue Seite anlegt. Und das ist das Symbol, mit dem man eine vorhandene Seite löscht. Das heißt, ich kann also hier diesen Papierkorb benutzen. Das läuft dann so, dass ich zum Beispiel eine Seite einfach da draufziehen kann. Und dann ist sie weg. Wenn ich da unten auf das andere Symbol klicke, kann ich eine neue Seite einfügen. Man sieht jetzt, dass ich wieder zehn Seiten habe. Ich habe das zweimal gemacht. Wenn ich da oben in der Masterabteilung bin, wenn ich also vorher ein Masterdokument, eine Masterseite bearbeitet habe und dann auf dieses Symbol klicke, das gleiche Symbol, dann erzeuge ich nicht eine neue Dokumentseite, sondern eine neue Masterseite. Das solltet ihr auch noch wissen. Nicht, dass ihr da wie wild unten hinklickt. Es kommen keine neuen Dokumentseiten und dafür baut sich euer Masterseitenpool da oben mächtig auf, sodass ihr das auseinanderhalten könnt. Das war es erstmal zum Einrichten eines InDesign Dokuments.